Aber trotzdem braucht Fallout 76 dringend, dringend Patches. Bethesda hätte dieses Spiel nicht in diesem Zustand veröffentlichen dürfen. Warum machen die das immer? Ich verstehe nicht, warum Studios immer wieder auf Zwang, warum hauen die das dann einfach raus? Weil die dieses feste Release-Datum haben oder was? Es kann doch nicht sein, Alter, dass sie da jedes Mal, also Bethesda ist ja dafür bekannt, sowas zu machen. Wie hießen die anderen? Und Cyberpunk? Weiß ich auch nicht mehr. Also Cyberpunk muss ja auch eine Katastrophe gewesen sein. Ich bin froh, dass ich das nicht zum Release gespielt habe, sondern gewartet habe, bis die PS5-Version kommt. So Freunde, wir gucken. Bethesda ist ambitionierter Fehlschlag. Fallout 76 im Test-Review. Ich schaue mir das deshalb an, weil ich ja gerade Fallout 4 spiele und das ja auch schon 10 Jahre alt ist. Und das Video ist 5 Jahre alt, aber ich wollte trotzdem mal gucken, wie sind denn die Unterschiede zwischen Fallout 4 und Fallout 76, also im Umfang natürlich und auch grafisch. Ob ich da nochmal reingehe, wenn ich Fallout 4 fertig habe oder irgendwann später reingehe. Da wollte ich mal gucken. Und da schauen wir uns jetzt ein Video an. Und das nächste Video, was dann kommt, wird sozusagen dieses Update sein, weil irgendwie habe ich gehört oder man sieht es ja schon an der Headline, dass das wohl nicht so geil gewesen ist, als das rausgekommen ist. Und ja, da gucken wir jetzt mal rein. Let's go! Achso, falls ich vergesse, wenn ihr das Video auf YouTube seht, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und ein Kommentar, wie ihr Fallout 4 zum Beispiel fandet oder Fallout 76. Und wie ihr die Serie fandet, wenn ihr die gesehen habt. Fallout 76 will Bethesda die hauseigene Endzeitserie und idealerweise auch ihre Fans mitnehmen auf eine Reise in neue Gefilde. Ein Multiplayer-Fallout mit noch stärkerem Survival-Aspekt, das ihr im Koop oder auch im PvP angehen könnt, das gänzlich auf NPCs verzichtet, stattdessen ganz auf NPCs verzichtet? What? ...über Umgebungen und die Spieler selbst seine Geschichte transportieren möchte. Und mit West Virginia ein gar nicht so ödes Ödland als neue Spielwelt bereitstellt. Es sind viele Hochzeiten, auf denen Fallout 76 gleichzeitig tanzt. Aber auf keiner einzigen will dieser Tanz so wirklich glücken. Na super. So, Fallout 76 Test, PC, PS4, Xbox, Ich würde ja mal interessieren, ob da auch noch ein Port kommt von Fallout 76 für die PS5. Weil ich spiele ja aktuell PS, äh, Fallout 4 für die PS5. Zumindest zu Beginn bleibt Fallout 76 der Serie treu. So treu, dass der Charakter-Editor quasi identisch mit dem aus Fallout 4 ist, inklusive der fummeligen Bedienung auf dem PC. Darauf solltet ihr euch übrigens einstellen. Die komplette Menüführung ist besonders auf dem Rechner ein einziger Krampf. Tasten wurden munter auf Q, E, R, T, Z, Y, Steuerung und Co. verteilt. Wer ins Hauptmenü will, drückt ESC und dann Z. Außerdem wurde das Layout nicht für deutsche Tastaturen optimiert. Mit dem Gamepad auf PS4, Xbox One und auch PC klappt das natürlich spürbar eleganter. Auch hier muss man sich allerdings eingewöhnen, um das überfrachtete Inventar zu bedienen. Aber gut, das nur als erste größere Schwäche von Fallout 76. Ich geh später noch auf viele weitere ein. Oha. Ebenfalls serientypisch startet eure Figur als Vault-Bewohner und macht sich auf in die Weiten des postapokalyptischen Amerika. Diesmal geht's nach West Virginia, wo – und hier der erste große Unterschied zu anderen Fallouts – absolut niemand mehr am Leben ist. Das ist krass, Alter, dass überhaupt keiner mehr da ist. Also nicht mal diese Ghouls oder wie die heißen? Gut, es gibt Gram. Gram ist super. Aber sonst werden alle überlebenden Menschen von knapp zwei Dutzend echten Spielern verkörpert. Abseits davon trefft ihr auf jede Menge modrige Leichen und Roboter. Muss ich denn – ist das ein PvP-Spiel oder ist das ein PvE? Also PvE in dem Fall, dass es zwar keine Menschen mehr gibt, aber ich denke mal, es gibt irgendwelche Monster und so, ne? In der Folge verlässt sich Fallout 76 voll und ganz darauf seine Hauptgeschichte und Nebenquests über Audiologs, also Tonbänder, sowie Tagebucheinträge, PC-Journale und die Umgebung zu erzählen. Prinzipiell steckt in dieser Erzählweise durchaus Potenzial und gelegentlich finden sich in West Virginia einige coole Relikte der Vergangenheit. Zum Beispiel jagen wir mal einem entführten Kind hinterher, das in den geheimen Krieg von Gewerkschaften und Firmenbossen geriet. Oder wir entdecken in einer verlassenen Villa einen geheimen weiblichen Orden, dessen mysteriösen Taten wir Quest für Quest nachspüren. Oder wir jagen zum Zweck der Forschung Tiere mit sogenannten Vox-Pfeilen, die sie kurzzeitig sprechen lassen. Die Quest-Geschichten rangieren also von politisch über satirisch bis hin zu geheimnisvoll und humoristisch. Aber auf solche Highlights stößt man viel, viel zu selten. Die meisten Zeugnisse der Vergangenheit West Virginias sind entweder unspannend oder zumindest extrem öde präsentiert. Man ist ja auch im Ödland unterwegs. Hahaha. Witz. Das sollte ein Witz sein. Cola-Fabrik etwa gibt's durchaus bissig-witzige Anspielungen auf die Gier des Konzerns. Aber trotzdem sind solche Rechtstexte hier ne denkbar trockene Art seine Story zu vermitteln. Anderorts haben sich Leute mal doof verhalten, waren mal gierig, mal korrupt. Und dass ohnehin alle Unternehmungen im Totend wissen wir schon bevor die jeweilige Story überhaupt losgeht. Audiologs und Tagebücher handeln von Wasserversorgung, irgendwelchen kleinen Liebleien und nur selten finden sich coole Abschnitte. Wie hier beim wahnsinnigen Robo Rose. Fallout 76 fehlen die Tugenden vieler Rollenspiele. Spannende Quests, Entscheidungen, richtige Dialoge, in denen man auch mal was auswählen kann. Und auch die Fraktionen, die es durchaus im Spiel gibt, wie hier bei Rose's Raidern, haben über weite Strecken wenig Relevanz, weil man häufig die Aufträge toter Leute verfolgt. So hält man bisweilen inne, während man gerade ne riesige Teekanne vor Insekten beschützt, und fragt sich in einem kontemplativen Moment, warum mach ich das hier eigentlich gerade? Also außer für spezielle Belohnungen, wie eben nen besonders leckeren Tee. Gut, es gibt ein übergeordnetes Ziel. Wir folgen den Spuren der Vault 76 Aufseherin auf der Suche nach Nuklearraketen. Aber anders als in guten Rollenspielen fühlt man sich der Sache nie emotional verpflichtet, weil unsere Handlungen nicht spürbar zum Wiederaufbau der Welt beitragen. Unsere Rolle ist stets die von Überlebenden, die jeden erdenklichen Schrott einsammeln, um immer dickere Waffen zu bauen und damit immer härtere Feinde zu erledigen. Das funktioniert als Grundlage, ist aber weit weg von wirklich spannenden Storytelling. Außerdem dürfte die Erzählweise bei vielen Spielern mit dem Alleinstellungsmerkmal von Fallout 76 kollidieren. Dem Multiplayer. Wer kein Rollenspiel-Enthusiasten-Team an seiner Seite hat, wird mit Kumpels kaum die Zeit finden, an jedem PC erst mal sieben Tagebucheinträge zu lesen, bevor es weitergeht. Übrigens maximal im Vierer-Koop. Denn, und das ist ja eigentlich was Gutes, man hat schließlich alle Hände voll zu tun. Eine Open World will erkundet werden und tatsächlich... Also, Open World finde ich natürlich geil, aber wenn du dann da keine Gegner hast, ne, die dich irgendwie, ähm, so ein bisschen, ja, die dich so ein bisschen aufhalten, ne, dass du so Gefechte hast und so weiter, dass du eventuell mal down gehst, wo dich dann deine Kollegen wiederbeleben und so ein Kram. Ähm, das würde mir da, das fehlt mir dann da schon. Oder würde mir fehlen, weil ich hab das ja noch nicht, ich hab ja Fallout 76 noch nicht gespielt. Und man muss dazu sagen, das Video ist fünf Jahre alt und es gibt noch ein Update-Video dazu. Was wir natürlich auch noch anschauen werden. ...wechstungsreich gestaltet, auch wenn die Technik wirklich kein Kind unserer Zeit ist. Altbackene Texturen, Modelle, Animationen, grobe Beleuchtungen, Schatten, Effekte. Keine Ecke der Welt bietet grafische Opulenz. Bethesda sollte sich für die Zukunft wirklich Zeit für ein Upgrade nehmen. Aber man stößt trotzdem auf cool gestaltete Ecken. Hinter jedem Hügel finden sich neue Schauplätze. Beispielsweise diese riesige verlassene Schüssel. Krass. Oder alte Gefängnisse. Gebirge voller Minen. Da hat man gerade, da hat man gerade wirklich ein NPC gesehen. Es war zwar kein menschlicher NPC, aber es war ein Super-Mutant, ne. Also diese Viecher gibt's schon noch. Gebirge voller Minen, ein Golf-Club. Ich find doch interessant, das sieht man jetzt nicht so gut, weil mein Face ist da drüber, dass man hier diese Quests hat, so wie's aussieht, ne. Und dann hat man hier diese verschiedenen, hier unten hast du halt deinen Kompass. Den hast du natürlich in Fallout 4 auch, aber hier hast du diese Quests direkt. Hat man die in Fallout 4 auch? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wenn ich mehrere Missionen auswähle, dass mir dann angezeigt wird, was ich machen muss. Also, ich glaub nicht. Und hab ich, glaub ich, nicht gesehen. Und, und, und. Leider ist bei... Also ab und zu wird was angezeigt, ne. Aber nicht so, wenn du jetzt mehreres auswählst. ...weitem nicht jeder spannend aussehende Ort auch mit einer spannenden Betätigung verbunden. Gerade in den ersten 25 Spielstunden lauern in fast allen Gebäuden bloß die immer gleichen verbrannten, Supermutanten oder mutierten Monsterchen. Und auch die Beute überwältigt eher mit Masse, denn mit Klasse. Ja, Fallout 76 bietet durchaus coole Waffen. Neben Kaliber-Klassikern wie Jagdgewehr oder Schrotflinte oder MP mit Feuerschaden, auch Laserknarren, Schwerter, Gitarrenknüppel und natürlich... Die einzige gute Waffe, Freunde, sag ich euch, das ist dieser, dieser Flammenwerfer, den ich hab. Was schießt denn der? Der schießt so... Mollys schießt der ab, Alter. Ne? Das ist die einzige gute Waffe, mit der spiel ich auch die ganze Zeit, Alter. Mega geil. Die ganz dicken Geschütze... Weil die anderen Waffen, die sind dauernd leer, Alter. Du findest keine Munition oder sowas, oder? Die haben keinen Schaden. Da musst du 3000 Mal raufschießen, bevor da mal ein Gegner stirbt. ...samt Power-Rüstung. Nur darf man auch von den Kämpfen nicht zu viel erwarten. Die Schusswaffen handeln sich sehr rudimentär im Vergleich zu richtigen Shootern. Nahkampfknüppel bieten indes mit oft nur marginalem Trefferfeedback und sehr simplen Block- und Haufunktionen ebenfalls keine Exzellenz. Und dann gibt's da noch das abgespeckte Echtzeit-Wett-System, mit dem ihr gezielt einzelne Körperbereiche automatisch unter Beschuss nehmt im Austausch gegen Aktionspunkte. Im Vergleich zu früheren Fallouts ist das Ding aber bestenfalls ein hektischer Aim-Bot. In West Virginia findet man aber nicht nur neue Waffen, sondern buchstäblich sehr viel Schrott. Und dass ihr den trotz seiner Schrottigkeit sammelt, liegt am Survival-Fokus des Spiels. Andauernd geht ne Knarre kaputt, die Munition alle, man hat Hunger, Durst, wird verstrahlt, kriegt Würmer oder mutiert. Permanent ist man am Reparieren, Nachtanken, Sammeln, Craften. Anders als bei vielen guten Survival-Spielen ist all das in Fallout 76 aber nicht besonders herausfordernd oder spannend, es muss nur gemacht werden. Wer sich mit aller Mechaniken wirklich erwärmen kann, wird sich vielleicht freuen, dass so viele Dinge leer Das UI sieht genauso aus wie bei Fallout 4. Also mit diesem hin und her Dingsen und ja. Wobei man sagen muss ne, also da oben diese Menüleiste, die hat man glaube ich nicht. Man hat nur diesen Pip-Boy, wo man dann den Kram sich angucken kann, wie Waffen, Kleidung und so weiter. Das finde ich ein bisschen umständlich. Hä? Wer will, kann sich auch eine imposante eigene Basis wie die Kollegen hier errichten. Allerdings verschwindet unsere Kreation komplett, sobald wir per Zufall auf nem Server landen, wo jemand anders, schon beispielsweise in diesem trockenen See hier, seine eigene Basis gebaut hat. All die Arbeit für die Katz. Aber zumindest... Hä? Was? 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 Nochmal. Kann sich auch eine imposante eigene Basis wie die Kollegen hier errichten. Allerdings verschwindet unsere Kreation komplett, sobald wir per Zufall auf nem Server landen, wo jemand anders, schon beispielsweise in diesem trockenen See hier, seine eigene Basis gebaut hat. Hä? Und wer entscheidet das? Also wenn ich danach spawne, äh, beziehungsweise joine, dann wird mein Kram, den ich da hingebaut hab, der verschwindet dann? What the fuck? Was soll das denn? Ist das dann komplett weg oder ist das dann wieder da, wenn die den Server verlassen? ...hat. All die Arbeit für die Katz. Aber zumindest landen die Teile dann im Lager und können wieder benutzt werden. Ja, super. Im Lager und wir benutzt werden, Alter. Stellt euch mal vor, ihr baut da ne riesen Stadt hin, Alter. Alles komplett ausgestattet mit Verteidigung, mit keiner Ahnung was für ein Zeug, alles da. Und das Problem ist ja, glaub ich... Ach nee, wenn's im Lager ist, ist es glaub ich nicht so das Problem, ne? Ich glaub, ein Inventar ist das Problem. Wenn das zerlegt wird, hat er gesagt zerlegt oder wird das einfach nur reingelegt? Weil es gibt noch ein Lager, wo man zum Beispiel so Pumpen und Verteidigung und so weiter rein kann. Eigene Basis gebaut hat. All die Arbeit für die Katz. Aber zumindest landen die Teile dann im Lager und können wieder benutzt werden. Okay, die Teile, er meint wahrscheinlich die kompletten Maschinen und alles. Weil wenn das jetzt wirklich um Teile geht und das alles wieder zerlegt wird, weil du kannst ja jedes einzelne Element kannst du ja wieder zerlegen, dann hast du halt wirklich ein Problem, weil dann ist dein Inventar voll, dann kannst du nicht mehr laufen. Dann brauchst du wieder diesen Roboter-Typen da. Das Bautool selbst steuert sich genauso fummelig wie alle anderen Menüs, bietet aber ganz coole Möglichkeiten, wenn auch weniger als in Fallout 4. Gut, viele Quests sind spielmechanisch auch nicht spannender als das Survival-Kram oder das Bauen. Meistens müssen wir irgendwas sammeln oder buchstäblich von A nach B laufen. Es gibt nichts dabei zu bedenken, wir klappern bloß Questmarker ab. Einzig, dass alle Questmarker identisch aussehen, sorgt dafür, dass wir die grauen Zellen zumindest brauchen, um nicht die Orientierung zu verlieren. Im späteren Spielverlauf zieht die Sache allerdings an. Kreaturen wie die Scorch Beasts sehen vor allem im Rudel nicht nur imposant aus, sondern geben einem Koop-Team auch endlich mal einen Grund, die dicken Geschütze auszupacken. Außerdem gewinnt natürlich die Jagd nach Nuklearkodes an Spannung, weil man die Dinge auch abfeuern kann, um besonders hochstufige Kreaturen hervorzulocken. Das Late Game von Fallout 76 mit einer coolen Truppe ist wahrscheinlich das Highlight des Spiels. Das ändert allerdings nichts daran, dass der Weg hierhin zäh und gleichförmig ausfällt, ohne dass es viele nennenswerte spielerische oder erzählerische Höhepunkte gibt. Das Auflevel-System gewinnt ebenfalls im späteren Spielverlauf und im Koop an Bedeutung, denn mit genügend Erfahrungspunkten steige ich im Level auf und kann mir Perk-Karten auf unterschiedlichen Attributen verteilen. Viele Skills sorgen lediglich dafür, dass die Survival-Aspekte weniger nerven, aber es gibt die Möglichkeit einer Rollenverteilung. Einer skillt auf Charisma-Attribute, stärkt damit die Truppe, ein anderer geht voll auf Nahkampf. Und es gibt da noch Mutationen, die beispielsweise dafür sorgen, dass Gegner regelmäßig einen Stromschlag kriegen, wenn sie einen angreifen. Coole Kniffe, die das Leveln zumindest halbwegs motivierend machen, auch wenn Fallout 76 weit weg ist von der Komplexität eines Verbrannter Gläubiger. Wieso Gläubiger? Die heißen Ghoul. ...des richtigen Rollenspiels. Ich denke, da gibt es keine menschlichen Gegner. Also Gläubiger heißt für mich, ja. Und wer sich jetzt denkt, ha, das würze ich mir, indem ich einfach anderen Spielern aufs Maul gebe, der wird enttäuscht. Der PvP von Fallout 76 scheitert noch an vielen Balance-Problemen. Wer einen Kontrahenten angreift, muss warten, bis der das Feuer erwidert. Erst dann verursacht man nennenswerten Schaden. Der Gegner kann sich jedoch zuvor schön vorbereiten, einen Geschützturm platzieren oder wie hier gleich einfach ausloggen. Es gibt einige nette Ideen, wie Kopfgelder gegen übereifrige Killer oder den Jäger-Gejagter-Modus für koordiniertes PvP. Doch die meisten Leute meiden die hakeligen Ballereien und verhalten sich stattdessen freundlich. Auch eine Art Verhaltenstherapie. Ich hätte auch keinen Bock, Alter. Fraktionsbasierter Versus-Modus soll noch nachgereicht werden, allerdings sollten sich PvP-Freunde zumindest bis dahin lieber in Battlefield und Co. rumtreiben. Und zu guter Letzt reden wir über den Elefanten im Raum. Die technischen Probleme von Fallout 76. Technische Probleme? Ah. Das hier ist Evan. Evan soll dich eigentlich als Abschluss einer der, wie ich finde, spannendsten Story-Missionen im Spiel umbringen. Das Problem, Evan ist bereits tot, wenn ich ihn erreiche. Die Quest ist auch nach dem ersten 15-Gigabyte-Update auf dem PC und einem 47-Gigabyte-Update für die Konsolen für manche Spieler erst nach vielen... 47-Gigabyte-Update, Alter. Die müssen ja einmal das komplette Spiel gepatcht haben. Die müssen sich gedacht haben, wir können keine Einzelsachen patchen, wir müssen das komplette Spiel nochmal runterladen. Krank. Alter, ich will nicht wissen, wie das bei GTA 6 wird. Ich hoffe nur, dass sie das alles testen, wie die Blöden. Dass sie jede Ecke testen, ne, und dass das einfach funktioniert. So wie bei Red Dead 2. Ich weiß gar nicht, ob ich bei Red Dead 2 irgendwie Bugs hatte. Also wenn, dann war es wirklich durch Zufall. Aber ich glaube, ich hatte da keine Bugs. Nach dem Patch verschanden nach manchem Login mehrmals alle meine unerledigten Quests aus dem Log- oder Questfortschritte setzten sich zurück. Einiges davon konnte ich lösen, indem ich neu starte, aber trotzdem ist das nicht gut. Andere Quests, wie beispielsweise Forging a Legend, bleiben bei mir auch nach dem Patch komplett kaputt. Doch selbst abseits dieser größeren Probleme mit kaputten Quests hat Fallout 76 sehr viele technische Fehler. Die KI setzt regelmäßig komplett aus. Zum Beispiel bei dieser Deathclaw hier. Das Monster ist völlig überfordert, seinen Weg zu mir zu finden. Oder hier, wo der legendäre Robo-Gegner... Ist doch nicht schlecht, da kann man schön durchrennen. ...einfach zu doof ist zu verstehen, dass ich ihn gerade abknalle. Aber hey, dafür krieg ich ne coole Plasma-Waffe und es wird ja sicher nicht völlig aus dem Nichts was Unvorhersehbares... Und der ganz dicke Level 50 Behemoth wird von zwei popeligen Level 14 Bach-Robotern abgeknallt, weil er bei allen Muskeln sein Gehirn vergisst. Oder dieser Maya-Lurk-Boss, der einfach nicht so recht am Zaun vorbeikommen will, selbst wenn ich ihn mit nem Herzchen locke. Es finden sich Texturbugs, fehlerhafte Anzeigen, Glitches, merkwürdiges Spawnverhalten, die Performance geht immer mal wieder in die Knie, was angesichts der technischen Leistung des Spiels ziemlich unverhältnismäßig ist. Und Audio-Logs werden bei mir auch nicht mehr abgespielt, wenn ich sie direkt mit Wiedergabe-Knopf vom Boden aufhebe. Auf dem PC fehlen außerdem Standard-Features wie ein FOV-Slider sowie Push-to-Talk. Ab und an switcht das Spiel auch einfach zwischen deutscher und englischer Übersetzung, weil das hier anscheinend ein britischer Zombie ist. Und diese Probleme gelten für alle Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One. Zumindest die Server- und Koop-Verbindungen liefen bei uns weitgehend stabil, aber trotzdem braucht Fallout 76 dringend, dringend Patches. Bethesda hätte dieses Spiel nicht in diesem Zustand veröffentlichen dürfen. Warum machen die das immer? Ich verstehe nicht, warum Studios immer wieder auf Zwang, also brauchen die die Kohle? Warum hauen die das dann einfach raus? Weil die dieses feste Release-Datum haben oder was? Es kann doch nicht sein, Alter, dass sie da jedes Mal, also Bethesda ist ja dafür bekannt, sowas zu machen, ne? Und wie hießen die anderen? Von Cyberpunk? Weiß ich auch nicht mehr. Also Cyberpunk muss ja auch eine Katastrophe gewesen sein. Ich bin froh, dass ich das nicht zum Release gespielt hab, sondern gewartet hab, bis die PS5-Version kommt. Also man kann sich das einfach nicht mehr geben, dass die einfach so ein Ding raushauen. Das müssen die doch auch getestet haben, das sag ich jedes Mal. Das müssen die sich doch mal angeschaut haben und gesagt haben, ja gut, hier haben wir noch einen Bug, da haben wir noch einen Bug und die müssen auch Spieletester haben. Ist ja nicht so, dass die einfach sagen, ja gut, wir haben das Spiel jetzt programmiert und Verpackung ist auch fertig designt und so weiter. Let's go, hauen wir raus, ne? Und so hinterlässt die Release-Fassung von Fallout 76 einen durch die Bank problematischen Eindruck. Ja, das Spiel findet seine Fans. Viele Kommentare wollen andere wiederum lehren, dass man ja das Late-Game erreicht haben muss und ab Level 50 alles besser wird und die Noobs alle keine Ahnung haben und Teile davon stimmen auch. Fallout wird später besser. Nur rechtfertigt das nicht all die Schwachstellen, die man dem Spiel auf dem Weg dahin... Kannst ja nicht erst bis Level 50 spielen, bis es dann wirklich erst richtig losgeht und das alles funktioniert. Das macht ja keinen Sinn. Und auch danach verzeihen muss. Und selbst in seinen besten Momenten gibt es so viele andere Spiele, die dieselben großen Stützen, Survival, Shooter, Koop, PvP, viel, viel besser handhaben. Sogar die größten Stärken von Bethesda, die Freiheit in der Welt, das Storytelling über Umgebungen, fallen abseits einiger positiver Ausnahmen hinter dem ab, was wir von früheren Bethesda-Spielen gewohnt sind. Die Fallout-Serie sucht hier spürbar eine neue, frische Ideologie. Also die Kirche sieht genauso aus wie die Kirche in Fallout 4. Die Identität verliert sich aber in zu vielen... Da kannst du dann hochgehen und dann kommt so ein Kreisel, da kannst du dann weiter hochgehen in den Tum. ...un ausgegorenen Experimenten. Das sieht genauso aus, Alter. Das ist genau der gleiche Tum. Der Atomic Shop, in dem man für Echtgeld, Skins und andere kosmetische Sachen kaufen kann, kann zwar getrost ignoriert werden, dürfte die ganze Sache für die Community und für den generellen Zustand des Spiels aber nicht besser machen. In Fallout 76 ruht nach wie vor Potenzial. Das merkt man vor allem in den coolen Momenten mit Freunden oder während der besten kleinen Geschichten des Spiels. Hier wird die Zukunft zeigen, ob Bethesda an dem Projekt festhält, Probleme ausmerzt, spannende Story- und Questinhalte nachreicht. Bis dahin empfehlen wir allerdings, sich die Reisepläne nach West-Virginia zumindest sehr, sehr gut zu überlegen. All right! Country Road! Country Road! So Freunde, das war ja das erste Video. Und das zweite Video, das kommt ja dann auch im Anschluss. Und ja, was kann man dazu sagen? Also als Fallout 76 rausgekommen ist, war da wohl an den einen oder anderen Stellen massige Probleme, ne? Ähm, ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wir werden gucken, ähm, wie das zweite Video wird und bis dahin, äh, ja. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.